Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Endlich Jura Video Podcasts in diesen doch verrückten Zeiten. Also ich denke, die wenigsten, die das hier sehen, noch ich, haben sowas irgendwie mal erlebt. Und ja, da lobe ich mir doch, dass wir zumindest das Internet haben. Sonst könnten wir uns dieses Video nicht angucken. Uns wäre, wenn wir aktuell vielleicht eine Hausarbeit schreiben oder so und nicht mal in die BIP können und auch sonst keine Klausuren haben, auf die wir uns vorbereiten können oder unsere Examina sind verschoben und was weiß ich, was alles noch in den nächsten Wochen und Monaten uns erwartet. Ich hoffe mal wirklich nur Wochen und nicht Monaten. Dann sind wir ziemlich aufgeschmissen und es kann schnell langweilig werden. Also ich genieße zwar auch einen Tick mehr freie Zeit zu haben, aber nicht einfach rausgehen zu können, sich unter Menschen zu begeben, die Studenten aktuell nicht in Person treffen zu können, ist schon komisch. Auch ein Grund, warum ich glaube ich niemals nur über Zoom, wie wir aktuell unterrichten, unterrichten könnte. Also ich brauche irgendwie immer doch den menschlichen Kontakt. Und selbst wenn der Studierende oder ich beide nicht krank sind, müssen wir natürlich Rücksicht auf die Menschen nehmen, die sich vielleicht trotzdem bei uns anstecken könnten. Und im Endeffekt haben wir dann das Problem, dass die Krankenhäuser überlastet sind und aktuell alles einfach nicht so läuft, wie es sollte. Soll uns für heute nicht stören, es gibt natürlich trotzdem Videopodcasts, aber gerade weil wir vielleicht vielerorts gerade zu Hause sitzen und nicht so richtig gerade in menschlichen Kontakt kommen, gibt es sowas wie unsere Facebook-Community EndlichJura.ErsteHilfe fürs Studium. Ist jetzt nicht der beste Ersatz für die Leute, die man gerne mal zu sich einladen würde, um mit denen vielleicht ein bisschen was zu trinken und ein bisschen zu quatschen, aber immerhin kann man sich dort auch austauschen, zumindest das, was Jura und alles drumherum angeht. EndlichJura.ErsteHilfe fürs Studium. Ja, das ist unsere Facebook-Gruppe. Ist öffentlich. Einfach eine Beitrittsanfrage stellen. Dann lassen wir dich ganz schnell rein und dann kannst du gerne Teil dieser Community werden. Thema heute im Rahmen unseres Videopodcasts ist die Frage, wie man am besten an ein neues Fach rangehen kann oder vielleicht ein Fach, was jetzt schon länger liegen geblieben ist. Nehmen wir mal an, du bist jetzt vielleicht in der Examensvorbereitung und hast dann im zweiten Semester Schuld recht artig gemacht. Wie findest du da wieder den optimalen Einstieg? Wie kannst du bestmöglichen Einstieg in ein neues Fach, in ein ganzes Rechtsgebiet oder in ein Fach, das länger zurückliegt in der letzten Behandlung finden? Darüber wollen wir heute reden. Ich möchte dir insbesondere drei Schritte mit an die Hand geben, wie du das Ganze angehen kannst. Wenn du bis zum Ende dabei bleibst, gibt es wie immer für dich ein kleines Bonbon obendrauf. Passend zu dem Thema von heute, da wird das eine oder andere, was ich heute sage, dann nochmal vertieft. Dafür musst du, wie gesagt, einfach das Video bis ganz zum Ende gucken und dann kannst du es einfach herunterladen. Ich werde den Link dazu dann entsprechend teilen. Gut, das ist eigentlich auch schon alles, was ich dazu sagen kann. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Was ist denn nun der erste der drei Schritte, die man gehen muss, um den optimalen Einstieg in ein Fach zu bekommen? Naja, der erste Schritt ist der, der leider mit am wenigsten gemacht wird. Und auch der Grund dafür ist, dass viele Lehrbücher und Skripte völlig überladen sind mit Informationen, die man dann beim genaueren Hinsehen auch im Gesetz finden würde. Also der erste Schritt muss natürlich sein, wir gucken ins Gesetz. Wir nehmen also zunächst einmal das Gesetz zur Hand und schlagen die Normen desjenigen Fachs- oder Regelungskreises auf, mit denen wir uns nun auseinandersetzen wollen. Ich würde heute einfach mal das Beispiel Bereicherungsrecht bemühen. So, und bevor ich also jetzt groß mir die Lehrbücher zu den gesetzlichen Schuldverhältnissen oder einen Kommentar zu den 812 fortfolgende angucke, lese ich alle zuallererst einmal die Normen im Gesetz. Da geht es ja bei 812 BGB los. Und bevor ich jetzt also voll einsteigen kann ins Bereicherungsrecht, muss ich ja zunächst einmal wissen, ob ich jetzt hier überhaupt richtig bin. Damit meine ich nicht, ob du die 812 fortfolgende BGB gefunden hast oder Ähnliches, sondern hiermit meine ich, ob du überhaupt schon bereit bist, dich mit dem Bereicherungsrecht zu befassen. Denn wir können nicht einfach irgendwo uns ein Fach oder einen Regelungskreis herauspicken und sagen, so, das lernen wir jetzt. Nein, es gibt immer Kenntnisse, die man haben muss für bestimmte Regelungskreise, damit man sich überhaupt jetzt mit ihnen intensiv auseinandersetzen kann. Das merken wir relativ schnell, wenn wir einfach mal in 812 reinlesen. Denn wenn ich jetzt einfach mal das Beispiel Absatz 1 Satz 1 erste Alternative bemühe, die sogenannte Leistungskondition oder für die Schlauen unter euch, Conditio in debiti oder wie ein Studierender von mir immer sehr gern sagte, Conditio nellifortado, fand ich großartig. Ja, dann sehen wir direkt, es geht da offensichtlich um einen Herausgabeanspruch. Das gilt sowohl für Absatz 1 Satz 1 erste und zweite Alternative, als auch für Absatz 1 Satz 2 und die jeweiligen Alternative. Also es befinden sich schon sehr viele verschiedene Ansprüche, ist das Stichwort innerhalb dieser einzelnen Norm, diesem einzigen Absatz. Und wenn ich jetzt gar nicht so genau weiß, erst mal wie Ansprüche überhaupt funktionieren, weil ich mich mit einem Kernkonzept des BGBs noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt habe, dann bin ich leider im Bereicherungsrecht noch nicht richtig. Das heißt, ich muss zuallererst mal wissen, was überhaupt ein Anspruch ist. Ich muss in der Lage sein, Anspruchsgrundlagen im Gesetz herauszufinden und herauslesen zu können. Und dann muss ich auch noch wissen, was ist jetzt eigentlich ein Herausgabeanspruch und wie kann der in den einzelnen Fällen aussehen. Ich sehe dann zum Beispiel häufig, dass nicht so ganz klar ist, was Herausgabe bedeutet, wenn jemand in einer Klausur schreibt, dass man ja ein Grundstück gar nicht herausgeben kann nach § 985, der Anspruch sei also auf bewegliche Sachen beschränkt. Mag der ein oder andere jetzt vielleicht darüber lächeln, aber im Endeffekt kann man sich mit dem Bereicherungsrecht noch nicht befassen, wenn man nicht weiß, was Anspruch und was Herausgabe überhaupt im Einzelnen bedeutet. Und wenn wir uns dann die einzelnen Ansprüche innerhalb des 8.12.1.1 ansehen, also vor allem Satz 1 bzw. Alternative 1 und Alternative 2, stellen wir fest, da ist von Leistung die Rede, die sogenannte Leistungskonjektion, die ich eben auch schon mal angesprochen habe. Und dieser Begriff Leistung, der wird dann für jeden, der noch kein PDF-BGB hat, vielleicht etwas überraschend, aber super gut, um wirklich einen guten Überblick über das Gesetz zu bekommen, einfach mal Leistung eingeben im PDF-BGB und staunen. Es gibt über 700 Treffer. Das heißt, dieser Begriff ist natürlich in extrem vielen unterschiedlichen Zusammenhängen Thema. Und wenn ich nicht weiß, was Leistung eigentlich ist, und wenn ich nicht die ganzen Leistungsbegriffe zum Beispiel aus dem Schuldrecht AT kenne, und wenn ich nicht weiß, in welchen unterschiedlichen Zusammenhängen dieser Begriff eben benutzt wird, dann bin ich im Bereicherungsrecht einfach noch nicht richtig, dann bin ich noch nicht dazu bereit. Und auch der Begriff Rechtsgeschäft, der dann benutzt wird im 8.12, ist ja auch ein Kernbegriff des Zivilrechts. Den gibt es also auch über 200 Mal, wird der allein verwendet in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Und wenn ich den Zusammenhang Rechtsgeschäft oder die Bedeutung von Rechtsgeschäft im Zusammenhang mit dem BGB AT und dem Schuldrecht noch nicht kenne, also dem allgemeinen Teil des Schuldrechts, dann wird es für mich schwer nachzuvollziehen, wie nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts irgendwie ein Erfolg bestimmt sein kann. Das ist das nächste Stichwort. Selbst so ein Begriff wie Erfolg, der muss ja irgendwie einen Sinn für dich haben, bevor du dich überhaupt mit der Zweckverfehlungskondition 8.12.12.2 befassen kannst. Zusammenmerkt ziemlich gut, wenn man anfängt, die Normen eines Fachs zu lesen, ob man da überhaupt richtig ist oder ob da eigentlich Lücken sind, die man vorher noch mit anderen Fächern füllen muss, bevor man sich dann, wie hier in unserem Beispiel, mit dem Bereicherungsrecht auseinandersetzen kann. Wenn ich jetzt aber merke, okay, ich bin hier eigentlich richtig, dann muss der nächste Schritt bei der Normlektüre sein, dass ich mir die einzelnen Paragrafen vorknüpfe und die in ein Wenn-Dann-Schema presse. Das heißt, ich muss in der Lage sein, die Normen zu nehmen und muss quasi, selbst wenn der Norm dieser Begriff fehlt oder dieses Wort fehlt, muss ich ein Wenn und ein Dann einfügen können, damit ich also Tatbestand und Rechtsfolge der Normen herauskristallisieren kann. Keine Norm kann ich wirklich treffsicher anwenden, wenn ich nicht weiß, was ihr Tatbestand und ihre Rechtsfolge sind. Daraus ergeben sich dann unter anderem auch die bekannten Aufbauschema, über die wir ja auch schon viel auf diesem Kanal gesprochen haben. Nachdem du jetzt in der Lage warst, zunächst einmal das Gesetz zu lesen, festgestellt hast, du bist hier richtig, du darfst dich jetzt mit Bereicherungsrecht befassen, all die Lücken, die es vorher zu schließen gilt, sind geschlossen, dann machst du jetzt nicht einfach das Lehrbuch oder das Skript auf, das du deines Vertrauens neben dich gelegt hast, sondern ich möchte jetzt, dass du, wie man sagt, eigenständig enkodierst, also einen wirklich eigenständigen Lernprozess anstößt. Das bedeutet für dich insbesondere, dass du allein anhand der Normen und deinen Vorkenntnissen, also auch wenn du jetzt in der Lage bist, anhand der Normen, die du gerade neu aus dem Bereicherungsrecht kennenlernst, eben Verknüpfungen zu altem Wissen herzustellen, dann möchte ich, dass du anhand dieses Wissens und dem, was du aus den Normen heraus extrahieren kannst, dass du da eigene Strukturen bildest. Das heißt insbesondere, wir können über sogenannte Tree Structures oder auch Baumstrukturen sprechen, das haben wir auf dem Kanal auch schon mal näher beleuchtet, das Thema. Du kannst dir eine Tabelle machen, wie ich das zum Beispiel in dem Adventskenner letztes Jahr gemacht habe, zu Raub und rollwursche Erpressung. Du kannst dir, wenn du damit vertraut bist, auch Mindmaps erstellen oder Conceptmaps. Und das machst du allein nach dem Verständnis, so wie der Lernstoff sich für dich dann aus dem Gesetz und deinen Vorkenntnissen ergibt. Und zwar völlig ohne Rücksicht auf etwaige Fehler, die du dabei machst. Denn wir werden diese Fehler, diesen Fehlern werden wir später begegnen. Aber wir lernen am allermeisten davon, wenn wir am Anfang die Fehler machen, die wir später korrigieren können. Und das machen wir dann in unserem dritten Schritt. Also mir ist es ganz wichtig, jetzt zunächst einmal sich eigene Lernmaterialien zu erstellen, einfach nur anhand des Gesetzes und deiner Vorkenntnisse. Also Tree Structures, Tabellen, Mindmaps oder auch Conceptmaps, die eignen sich sehr gut, um Zusammenhänge zwischen einzelnen Tatbeständen herzustellen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen wollten, wir machen uns eine Übersicht mit allen Anspruchsgrundlagen aus dem Bereicherungsrecht und eine mit allen Ausschlussgründen, dann könnte man mit Pfeilen die Verbindungen zwischen den einzelnen Tatbeständen herstellen. Das wäre also der zweite Schritt. Und wir würden in diesem Fall dann auch noch, das mag ich ergänzen, weil das auch eine Lernmethode ist, mit der ich sehr, sehr viel arbeite, auch heute noch tatsächlich einfache Fälle bilden. Oder wie der gute Herr, jetzt hätte ich beinahe Lagotten nie gesagt, ich meine aber Haft, wie Herr Haft das als Normalfall bezeichnet, die Bildung tatsächlich einfacher Fälle. Das kann man nämlich auch, wenn man noch keine Vorkenntnisse zu solchen Normen hat. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel den 812 dreimal die 1 rausblickt, könnte man mal überlegen, welcher einfachste Fall ist eigentlich denkbar, den man unter diese Norm subsumieren könnte. Und wie man solche tatsächlich einfachen Fälle bildet, habe ich auch schon auf diesem Kanal gezeigt. Da gibt es sogar eine kleine Videoreihe zu. Da gerne mal reinklicken, wenn ihr jetzt gerade nicht so richtig weißt, was ich damit eigentlich sagen will. Und nachdem wir jetzt also eigenständig enkodiert haben, also zu uns jetzt selbst einmal darüber ein Bild gemacht haben, wie der jeweilige Regelungskreis das Fach überhaupt aussieht, dann möchte ich, dass du im dritten Schritt erst deinen Lehrbuch oder Skriptabgleich machst. Das heißt, jetzt wollen wir aus den Fehlern, die wir eventuell gemacht haben, lernen. Wenn wir zum Beispiel bei unserer Einordnung in Anspruchsgrundlagen und Ausschlussgründe merken, dass wir eine Norm einer falschen Rechtsnatur zusortiert haben oder dass wenn wir also das Aufbauschema am Anfang des Kapitels zu einer Leistungskonnektion sehen und merken, wir haben da irgendwelche Tatbestandsmerkmale in der Reihenfolge vertauscht, dann können wir aus diesen Fehlern lernen und können dann eben in der Folge auch hinterfragen oder wie man sagen würde, elaborieren, was denn eigentlich jetzt uns zu diesem Fehler geführt hat. Also warum haben wir jetzt zum Beispiel das Merkmal ohne Rechtsgrund vor die Leistung gestellt? Was hat uns dazu hingeleitet und warum ist das falsch gewesen? Damit wir eben aus diesen Fehlern lernen können, denn dann haben wir eigentlich einen viel, viel größeren Lerneffekt, als wenn wir uns einfach von vornherein, auch schon nach der Gesetzeslektüre, das ist der erste sehr, sehr wichtige Schritt, den man machen muss, dann haben wir trotzdem immer noch deutlich mehr davon gehabt, wenn wir eigenständig enkodiert haben. Also die Reihenfolge muss immer sein, wir gehen vom Gesetz aus und fragen uns, okay, sind wir hier überhaupt richtig? Wenn wir uns jetzt mit dem Bereicherungsrecht befassen, sind uns die Begriffe, die das Bereicherungsrecht spielen, verwendet, sind die uns überhaupt in ihrer Bedeutung klar? Dann im zweiten Schritt bilden wir uns tatsächlich einfache Fälle, wir bilden uns Strukturen in Form von Tabellen, Concept Maps, Mind Maps oder Tree Structures und wir versuchen jetzt einfach schon mal uns vielleicht so ein paar flüchtige Notizen zu machen, mal zu schauen, okay, worauf kommt es denn hier eigentlich an? Was fällt mir auf? Okay, hier sind also viel so Geschichten geregelt, wo ich vielleicht ursprünglich mal einen Vertrag hatte, aber dann gemerkt habe, oh, da ist ein Schriftformer vorne jetzt nicht eingehalten worden oder einer war minderjährig oder so und dafür ist offensichtlich das Bereicherungsrecht da. Oh, hier gibt es ja nur Herausgabeansprüche, das ist vielleicht auch mal was, dass man von vornherein, wenn man später jetzt merkt, man beschäftigt sich vielleicht mit dem EBV oder so, das Bereicherungsrecht kann also, da es überhaupt keinen Schadensersatz meint, dann zum Beispiel von so einer Norm wie 989, 990, 1, 1 überhaupt nicht gesperrt werden. Das sind Dinge, die lernt man häufig beim ersten Mal lesen, indem man feststellt, okay, ich habe jetzt alle Regelungsgehälter, sage ich jetzt mal im Plural, ausgewertet und habe gesehen, es gibt eigentlich auf Rechtsfolgenseite nur Herausgabeansprüche. Also weiß ich, okay, in Zukunft, wenn ich mal einen Schadensersatzanspruch prüfen muss und muss mich fragen, ist vielleicht die Anwendbarkeit des Bereicherungsrechts gesperrt, dann erinnere ich mich an meine eigenständige Encodierung zurück und stelle fest, hier gab es ja nur Herausgabeansprüche davon, aber viele und zwischen denen musste ich auch sehr treffend differenzieren. Das ist eigentlich zum Abschluss dieses dann doch relativ kurzen Videos. Ich merke, meine Videos nehmen an Länge ab. Ich weiß nicht, ob das an der Zeit gerade liegt, aber eigentlich mache ich ja sehr gerne Videos über eine halbe Stunde. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich eigentlich nur von dir wissen, wie gehst du denn eigentlich vor, wenn du das erste Mal dich jetzt mit einem Regelungskreis vertraut machen willst oder wie ich anfangs gesagt habe, du hast jetzt das Schuldrecht-AT doch relativ lang liegen lassen, merkst aber, ohne geht es in der Examsverwaltung definitiv nicht. Das kann auch das BGB-AT sein. Was muss ich jetzt eigentlich oder was tue ich jetzt am besten, um da wieder reinzufinden? Hast du diese drei Schritte bisher auch so vorgenommen oder hast du direkt beim Lehrbuch oder beim Skript angefangen? Hast du überhaupt mal versucht, eigenständig zu Encodieren? Das sind alles so Fragen, die würde ich unglaublich gern von dir beantwortet wissen, damit ich einfach in Zukunft auch mehr Videos machen kann, die dann eben auf deine Situation zugeschnitten sind. Ansonsten, wenn du vor allem lernen möchtest, wie du dann eben eigenständig Definitionen erarbeiten kannst aus so einem relativ unbekannten Regelungskreis wie dem Bereicherungsrecht vielleicht für dich oder eben auch dem gerade genannten Schuldrecht-AT. Und du möchtest also wissen, okay, worauf muss ich denn achten, wenn ich mir eine Definition selber zusammenbaue, die ich vielleicht später mit einem Lehrbuch abgleiche oder mit einem Skript? Oder wenn ich jetzt also Tabelstand-Rechtsfolge ermittelt habe und ich muss diese Tabelstandsmerkmale in vernünftige und logische Reihenfolge bringen, worauf muss ich da achten? Wie kann ich das Aufbauschema aus dem Gesetz entwickeln? Und wenn es dann hart auf hart kommt, ich sitze in der Klausur und ich bekomme das Rechtsgebiet, mit dem ich am wenigsten vertraut bin und muss trotzdem was schreiben, wie kann ich denn dann trotzdem noch zuverlässig argumentieren, ohne mir da direkt einen Bock zu schießen? All das lernst du in meinen 10 Geboten für ein erfolgreiches Jura-Studium. Kannst du gratis herunterladen auf www.jura10gebote.de ist so ein 8- bis 9-seitiges PDF, kannst du in 15-20 Minuten aller Ruhe durchlesen und dann das Wichtigste, es auch anwenden, denn nur so hast du auch wirklich was davon. Wie versprochen, am Ende des Videos habe ich noch was für dich. Du musst eigentlich nur in die Videobeschreibung gehen und ganz unten findest du dann einen Link zu Dropbox oder Google Drive, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo ich das Teil hochgeladen habe. Dieser kleine Aufsatz nennt sich Farben und Formen der Leistungskondition. Wir haben ja eben auch schon gesehen, bevor wir uns mit der Leistungskondition befassen, müssen wir erstmal wissen, welche verschiedenen Formen der Leistung es gibt und am Endeffekt können wir dann aus diesem Wissen auch die verschiedenen Leistungskonditionen im Gesetz erkennen lernen. Damit befasst sich dieser kleine Beitrag, kannst du wie gesagt auch gratis herunterladen, musst du nichts tun, außer auf den Link klicken und dann bei dir speichern und dann bist du, glaube ich, auch schon ein gutes Stück schlauer. Ja, das war's für diese Woche. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Vielleicht hat sich die Situation dann auch schon ein bisschen beruhigt und ansonsten wünsche dir auf jeden Fall vor allem Gesundheit aktuell und denk bitte auch daran, selbst wenn du selbst nicht krank sein solltest, kannst du doch viele andere anstecken und selbst wenn den, den du ansteckst, nicht derjenige ist, der daran ernsthaft erkrankt, kann der wiederum jemanden anstecken, der vielleicht zur Risikogruppe gehört. Also Hände waschen und vor allem schön zu Hause bleiben, bis die Situation beruhigt hat. Ich wünsche dir was und bis dahin. Ciao, ciao. Also Hände